Die Position des auszuschneidenden Streifens legt man fest, indem man ihn mit der Maus bei gedrückter Maustaste an die gewünschte Stelle auf der Videovorschau verschiebt. Mit Klick auf Start Rendering wird der markierte Streifen Bild für Bild ausgeschnitten und zu dem fertigen Zeitraffer-Foto zusammengesetzt. Der unbewegte Hintergrund wird in diesem Modus als horizontal verlaufendes Linienmuster aufgenommen. Schiebt man den Streifen nach links oder rechts aus der Videovorschau heraus, wechselt die Betriebsart. Der Streifen bleibt dann nicht mehr fest an einer Stelle stehen, sondern bewegt sich von links nach rechts durch das Bild hindurch. Wie man sieht, fängt auch diese Betriebsart die Drehung der Banane ein. Im Unterschied zu einem feststehenden Streifen bleibt aber der Hintergrund wie auf einem gewöhnlichen Foto erhalten. Hält man beim Verschieben des Streifens die Command-Taste gedrückt, ändert sich die Ausrichtung von vertikal nach horizontal. Das Bild wird dann von oben nach unten aus den Streifen zusammengesetzt. Schiebt man den Streifen bei gedrückter Command-Taste nach oben oder unten aus der Videovorschau heraus, läuft er beim Einlesen des Videos von oben nach unten durch das Video hindurch.